Lukas' großer Tag ist gekommen. Heute wird er sich einer Operation unterziehen, um die Schäden zu reparieren, die durch den schrecklichen Angriff von zwei großen Hunden verursacht wurden. Dies ist der Beginn von Lukas' Reise zur Genesung und zum Glück. Es ist ein ziemlich übler Bruch. Was für ein Unterschied. Wir werden das reparieren und es wird perfekt sein. Das vestibuläre Septum ist gebrochen. Beide Nasenlöcher sind frei. Hier, sein gesamter Fang ist freigelegt. Gut, mal sehen, wie es läuft. Es ist ein ziemlich übler Bruch. Siehst du dieses kleine Stück Knochen? Wir werden es entfernen, weil es stören wird. Musik 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 Bist du fertig, Rebecca? Ja, wir sind fertig. Was für ein Unterschied. Natürlich hast du die gesamte Schleimhaut mit dem Gaumen vernäht. Wir haben auch das zerrissene Zahnfleisch rekonstruiert. Hoffentlich bleiben die Zähne an Ort und Stelle. Es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus. Man sieht den Unterschied. Alles ist jetzt dort, wo es sein sollte. Und seine Nase ist jetzt gerade. Hoffen wir, dass er gut atmen kann. Sehr gut. Du hast das sehr gut gemacht. Und du auch, Rebecca. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie geht es dir, kleiner Mann? Wie geht es dir, kleiner Mann? Schau mal, wie sich sein Aussehen verändert hat. Wie fühlst du dich? Lass uns mal sehen, wie du ein bisschen läufst. Lukas Gesicht hat sich komplett verändert. Er liebt es, durch die Klinik zu laufen. Gibst du mir einen Kuss oder nicht? Er fasst Vertrauen zu euch allen. Er holen, wie sich das? Na gut, Luca. Du siehst toll aus. Ich werde dich hier lassen, aber bald kommst du mit mir. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus.